... am Urspunnen kann. Und wir trachten Leute, sie waren das Interlaken. Und die Gurzeler-Tanzleute natürlich an vorderster Freude. Ich sage euch, es hat geregnet. Geregnet und nochmal geregnet. Und darum haben wir mit diesen schönen Hüten ein bisschen Farbe müssen in das triste Wetter bringen. Nur kein Kummer. Wir trachten jetzt nicht unseren schönen Berner Trachten für Hunzen. Aber dieser Unspunnengruss soll auch ein bisschen Farbe in den Abend bringen. Wir tanzen euch Biriers Geburtstag. Choreografie ist vom Birger Thieberg. Aus Stöck fröhliche Musikanten stammt von G. Järgäi. Viel Vergnügen mit den fröhlichen Tanzleuten von Gurzeler. Applaus G. Järgäi. Applaus G. Järgäi. 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 Musik 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 Applaus 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 Zum Schluss machen wir jetzt noch einen Abstecher in Süden nach Bella Italia Wie könnte es auch anders sein? Die Florenzerin La Fiorentina heisst der letzte Tanz Die Musik zu dem Walzer stammt vom La Genua und die Choreografie dazu von Yolanda Morf Belli Und dann noch das Wort von vorher Nicht, dass wir dann noch vergeben unsere Überraschung eingeführt haben Vielen Dank Applaus 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 Musik 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 Musik